Grund ist für die Fraktion Die Linke unser Kollege Dr. Gregor Gysi. Bitteschön, Kollege Dr. Gregor Gysi. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, wenn ich das richtig verstanden habe, fordert doch die Kanzlerin jetzt vor den Wahlen Folgendes. Eine Mietpreisbremse, die Anerkennung der Kindererziehungszeiten bei der Rente auch für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, eine höhere steuerliche Kinderfreibeträge, die allerdings wieder den Besserverdienenden deutlich mehr zugute kämen als den anderen. Als Ausgleich für geringer verdienende Haushalte fordert sie die Erhöhung des Kindergeldes von 184 auf 219 Euro pro Kind. Und sie will mehr Geld für den Straßenbau. Ich habe mal eine Frage. Wer hat eigentlich in den letzten Jahren acht Jahren regiert? War das nicht vielleicht die Bundeskanzlerin? Warum hat sie denn nichts davon umgesetzt bisher? Ich will mal zu ihren Gunsten annehmen, dass es ihre selbstkritischste Rede war. Also, sie hat geschildert, was sie eigentlich alles hätte machen müssen, aber nicht gemacht hat. Nun steht aber die nächste Frage, ob diese Selbstkritik wirklich ein Schritt zur Besserung ist, oder ob man gar nicht damit rechnen kann, dass das Ganze umgesetzt wird. Herr Steinbrück, nun werfen Sie der Kanzlerin vor, dass sie vieles bei der SPD abgeschrieben hat. Aber da wäre ich ja als SPD sehr zurückhaltend, was Sie alles bei uns abgeschrieben haben. Wenn ich darauf mal hinweisen darf, da wäre ich etwas vorsicher. Aber wir müssen uns das ja auch gegenseitig gar nicht vorwerfen, wenn wir so erfolgreich sind, dass die anderen bei uns abschreiben, wer hat schon was dagegen. Nur, ich muss Ihnen auch sagen, was wirklich ernst ist, ist die Mietpreisbremse. Wir haben im Januar schon vorgeschlagen und auch beantragt, dass Neuvermietung kein Grund zu einer Mietsteigerung ist. Der Wert der Wohnung ist doch gar nicht erhöht worden. Wieso sagt man ja nur, weil der Mieter A auf B wechselt, das rechtfertigt 10, 20, 30 Prozent Mietsteigerung. Das ist unerträglich und das müssen wir endlich beenden, und zwar mit Gesetz. Aber ich habe ja gesagt, Herr Steinbrück, es gibt ja noch eine Frage. Sie regiert ja schon seit acht Jahren. Ich meine, vier Jahre davon waren Sie ja dabei. In der Zeit ist davon ja auch nichts umgesetzt worden. Ich will das nur mal so am Rande kritisch bemerken, aber auch das kann man ja ändern. Ich frage mich allerdings bei Mietrecht, Herr Steinmeier, das haben Sie völlig zu Recht kritisiert, aber ich frage mich, warum haben wir nicht die Mehrheit aus SPD, Grün und Linken im Bundesrat genutzt, das zu stoppen, wenigstens in den Vermittlungsausschuss zu schicken. Das haben Sie nicht gemacht. Dabei ist eine Regelung, ich sage Ihnen, die ist rechtsstaatlich abenteuerlich, nämlich eine Zwangsräumung per ein, zwei Jahr Verfügung. Wenn Sie den in Obdachlosigkeit geräumt haben, per ein, zwei Jahr Verfügung und sechs Monate später in der Hauptsache die gegenteilige Entscheidung kommt, dann nutzt den Betroffenen das aber gar nichts mehr. Also da sind abenteuerliche Vorschriften dabei, und ich nehme an, irgendwann wird das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden müssen. Aber die Vorschläge der Kanzlerin kranken ja im Kern an drei Problemen. Die Union will ja die Steuerungerechtigkeit aufrechterhalten. Sie schließen ja Steuererhöhungen für Reiche, für Vermögende, für Besserverdienende aus. Und da darf ich doch mal die Frage stellen, woher soll eigentlich das Geld für diese sozialen Versprechen kommen? Das Zweite ist die soziale Schieflage. Ich habe schon gesagt, Kinder von Menschen mit höheren Einkommen werden bevorzugt. Und das Dritte ist, dass die FDP gesagt hat, mit ihr kommt nichts davon in Frage, aber die Kanzlerin ja sagt, sie will mit ihnen weiter koalieren. Das ist auch ein übler Trick, dass man immer jemanden an der Seite hat, der Nein sagt, und dann zu sagen, ich habe ja das Edle gewünscht, aber die FDP hat mich daran geinnert. Das sollten Sie sich nicht bieten lassen. Sagen Sie doch einfach mal, Sie sind auch dafür. Das wird spannend, dann können wir das ja noch im Juni beschließen. Aber die Kanzlerin folgt diesbezüglich Franz Mündephering und sagt, dass es falsch ist, Politiker an ihren Wahlversprechen zu messen. Aber ich sage Ihnen, das ist im Kern das Problem. Diese falschen Wahlversprechen, die nachher nicht erfüllt werden, die erzeugen Politik und Demokratieverdrossenheit. Und dass sie nicht erfüllt werden, Herr Kauder, das haben Sie bewiesen im Fernsehen und Herr Schäuble. Denn Sie beide haben erklärt, das Ganze steht unter einem Finanzierungsvorbehalt. Gleichzeitig erklären Sie, Steuererhöhungen wird es nicht geben. Und damit sagen Sie, das Ganze fällt aus. Und selbst wenn es im Koalitionsvertrag stünde, was Sie mit der FDP ohnehin nicht schaffen, aber selbst wenn es drin stünde, müssen Sie es ja nicht machen. Das kennen wir ja von der Rentenangleichung Ost und West. Die steht ja diesmal auch in der Koalitionsvereinbarung. Und dann haben Sie sie ausfallen lassen. Es tut mir leid, ich muss sagen, die Vorschläge der Bundeskanzlerin sind offenkundig nur für die Mülltonne gedacht. Zumindest dann, wenn die Regierung aus Union und FDP fortgesetzt wird. Was ich allerdings der Bevölkerung beim besten Willen nicht wünschen kann. Dankeschön. Nächster Redner ist für die Fraktion.